Vollkommen ausgebrannt ist am Freitagnachmittag ein Haus im Westerstädter Ortsteil Halsbeek. Der Eigentümer hatte den Brand bei seiner Rückkehr zum Haus bemerkt und sofort den Notruf gewählt. Über 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Das Haus war jedoch nicht mehr zu retten. Das DRK unterstützte die Feuerwehren bei ihrem Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017